Wie gesagt, ich durfte hier hinter dieser Absperrung. Es ist ein Zwei-Presse-Recht hier, Zwei-Klassen-Presse-Recht offensichtlich. Die Polizei hat mich da verwiesen des Mittelstreifens. Und wie die Zuschauer ja gehört haben, wurde mir das so erklärt, dass alle da weg müssen. Die stehen aber immer noch da. Da wird keiner von denen angesprochen. Die Polizei guckt da, schlendert rum. Ja, auch guckt mal da der Polizist, der mich angesprochen hat auf dem Mittelstreifen, dass ich da verschwinden soll, spricht keinen anderen der Pressevertreter an. Also irgendwo haben wir ein Zwei-Klassen-Presse-Recht hier schon. Das war ein Film, das war eine gute Idee. Das war mal eben eine kleine Gefährdungs-Hinweis-Matte. Aber die fänden sich jetzt gerade da dran. Das war ein Zwei-Klassen-Presse-Matte. Das war ein Zwei-Klassen-Presse-Matte. Das war ein Zwei-Klassen-Presse-Matte. Das war ein Zwei-Klassen-Presse. Das war ein Zwei-Klassen-Presse. Danke.